es ist noch wieder soweit blau weiß wir machen oktoberfest nein es geht doch nicht um oktoberfest es geht um koni was hast du heute wieder hübsches an ja ich bin ja mein kleiderschrank präsentieren und jetzt ist mal was buntes was rotes was blumiges was einfarbiges ja fast einfarbig schauen wir schöne schuhe die hast aber noch mal ja die habe ich ja noch in anderen farben das sind die sevillanos in einer straße 12 schuhgeschäftig kann euch sagen da braucht ihr zwei bars als man begleitung wenn ihr dabei sein aber das geht das geht ich sage euch es geht ja ich habe es gut ausgehalten und so habe ich natürlich auch ein bisschen was abgeändert klar wie immer was hast du da gemacht das da ein schlitz ins kleid und dann mache ich mir ein schlitz ins kleid war mir ein bisschen zu eng und so ist das luftiger und doch auch schöner oder ja sieht so richtig sexy aus was sagt ihr dazu ja wir haben auch eine schöne umgebung hier wir sind ja hier im paradies hans im grünen ja wunderbar ja hier mal stelle ich mal zur palme hin wir sind hier nicht in la palma wir sind unter der palme ja also schön sieht es hier aus damit ihr auch mal sehen wo wir hier sind wir sind hier in meloneras ja das zeigen wir euch später da gibt es noch ein kleines video ein separates darum koni ist noch mal von der ferne passend besser geht es nicht und jetzt gehen wir an den strand koni ist am strand koni wie schnell geht es bei dir wunderschön also koni am strand hier und jetzt gehen wir noch mit seife nein mit handtuch und ohne seife ins wasser ja also bis dann kleiner nachtrag noch wir haben die grillbude gefunden die ist zwischen der bude 7 und der bude 35 am strand in meloneras hier gibt es frische speerrips nürnberger bratwürste und andere bratwürste ich sage euch das sieht nicht nur lecker aus das riecht auch so herzlich willkommen an der strandbude und die sachen passen auch noch in das kleid mit rein also gut das ist dehnbar und jetzt erstmal danke tschüss hasta luego